Olga Ryabova aus Moskau. 1,61 m ist zu groß, wiegt bescheidene, 41 kg. 1,61 m ist zu groß, wiegt bescheidene, 41 kg. 14 Jahre ist sie erst alt. Ja, und seit fünf Jahren betreibt sie schon aktiv Gymnastik. Aber das muss uns auch nicht sonderlich verhindern, denn um mit 14 Jahren diese Leistungsstärke zu erreichen, muss man natürlich auch früh genug begonnen haben, früh genug sich entschieden haben zu dieser Sportart. Die Sportgymnastik, die in den letzten Jahren einen deutlichen Aufschwung genommen hat, die sich auch im Ansehen verbessern konnte, die ihn über den Kunstsonnen sicherlich aufholte. Dazu beigetragen haben wir auch eine Menge an neuer Wettbewerbe, die man ins Leben gerufen hat, um diese Sportart ein bisschen interessanter zu gestalten, auch was die Medien betrifft. Es gibt einen Europa Cup mittlerweile. Das erste Europa Cup Turnier in Karlsruhe hat er schon stattgefunden. Vielen Dank.